Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir sind heute wieder im Camp mit nur Ted. Oh, Jimmy ist immer noch nicht da. Oh nein, der arme Jimmy. Wo kann der denn nur sein? Ich weiß nicht, wir haben ihn das letzte Mal ja überall gesucht und ich weiß nicht, vielleicht... Guck mal, ich hab da hinten ja Fleisch hingelegt. Vielleicht ist er da ja jetzt. Oh, das kann sein. Und fällt es ja nicht. Oh nein. Und da ist er auch nicht. Aber wo ist er denn dann? Ich weiß es nicht. Da ist er. Hey, Jimmy, was machst du denn da? Oh, du hast das Fleisch bestimmt gerochen, oder? Ja. Oh, das ist süß. Der planscht einfach ein bisschen im Wasser. Und wir suchen ihn überall. Oh Mann. Oh, Jimmy. Du hast uns richtig Angst eingejagt. Und wir haben ihn überall gesucht. Wir waren beim Baumhaus, wir waren beim Aussichtstum und sogar beim Strandhaus. Das darfst du nicht mehr machen. Nein, 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 nein. Oh Mann, der ist so süß. Guck mal, Jimmy, hier ist du ein bisschen Fleisch. Bitte schön. Nicht mehr weglaufen. Und das letzte Mal haben wir auch noch unser Feld weitergemacht. Und jetzt ist zum Glück Jimmy wieder da und es geht ihm gut. Ich hatte echt Sorge um ihn. Ich weiß nicht. Wollte mal, ich gehe hier nochmal weiter anpflanzen. Ja. Ich kann da oben das Weizen ernten. Guck mal, wie viel Weizen da gewachsen ist, Kata. Zack, 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 zack. Alles meins. Aber ist das auch schon fertig? Ja, das hier schon. Hm, okay, okay. Und das hier auch. Ich habe schon 24 Weizen. Das ist richtig gut. Oh, das ist nice. Oh, zack. Ja. Kata, hast du eine Hake? Eine Hake? Ja, tatsächlich. Ja, guck mal, hier. Bitte schön. Oh, danke schön. Sehr nice. Du weißt ja, dass unsere ganzen Diamanten geklaut wurden, sind. Ja, stimmt. Von diesem Dieb oder so. Ich weiß nicht. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis, naja, den zu suchen. Ich hätte schon gerne die Diamanten wieder. Stimmt. Der hat uns ja einfach alles geklaut, was wir hatten. Och, Mann. Deswegen. Und ich meine, das waren so viele. Und wir haben echt sehr lange gebraucht, um die zu erfarmen. Und wir hätten die auch echt nötig für, naja, Werkzeuge oder andere Dinge. Deswegen, ich weiß nicht, was wir da machen könnten. Aber denkst du, der kommt nochmal? Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, der müsste ja irgendwo hier auf der Inse sein, oder? Der ist halt schon weggefahren. Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Kata, ich habe eine Idee. Wir könnten so eine Art Falle bauen. Vielleicht können wir ihn dann irgendwie anlocken. Und wenn er dann in die Falle reintritt, da haben wir ihn gefangen. Oh, das ist eine gute Idee. Warte mal. Guck mal, wir haben hier ja noch den Emerald-Block. Vielleicht können wir ihn damit anlocken. Ich weiß nicht. Stimmt. Das ist eine gute Idee. Guck mal, wir haben jetzt neun Emeralds. Ich kann dir mal die Hälfte geben. Und ich weiß nicht, wir könnten ja so eine Art Spur irgendwie damit, naja, zeichnen. Und vielleicht dann am Ende nochmal irgendwie... Wir könnten nochmal schnell nach Diamanten fahren gehen. Einen Diamanten dahinsetzen. Und vielleicht fühlt er sich dadurch angelockt. Dann könnten wir so eine Falle ja drumrum machen. Stimmt. Hast du noch so eine Falle? Äh, warte mal. Ich schaue mal nach. Vielleicht haben wir noch welche in den Drohnen. Okay, hier ist keine. Und... Oh, wir haben hier noch eine. Okay, das ist perfekt. So eine Campstrap. Also wenn er da drüber läuft, dann wird er einfach gefangen. Oh, das ist richtig, richtig gut. Aber wo wollen wir die denn hinbauen? Ich weiß nicht. Also das letzte Mal ist er ja hier rüber geflohen. Und ich weiß nicht, ob er nochmal sich so nah an unser Campner ja rantraut. Vielleicht können wir das auch beim Aussichtsturm machen oder so. Oh, ja, das stimmt. Irgendwie halt bei so einer ebeneren Fläche würde ich das sagen, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Da kann man es vielleicht auf den Aussichtsturm draufstellen und ihn dann beobachten, wenn er kommt. Okay, ja, stimmt. Das ist eine gute Idee mit dem Aussichtsturm, wenn wir da uns draufstellen. Das ist doch perfekt, oder? Ja, das stimmt. Okay. Da ist der Aussichtsturm, da würde ich sagen, vielleicht irgendwo hier so. Vielleicht machen wir das so ein bisschen ebenmäßiger. Das ist eine gute Idee. Warte, wir könnten hier mit Erde das ein bisschen auffüllen. Guck mal hier so. Zack, 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 zack. Genau. Oh, vielleicht auch. Das wird richtig, richtig gut. Und was machen wir, wenn wir ihn gefangen haben, Kata? Naja, er hat hier noch irgendwo unsere Diamanten. Ich weiß nicht, ob er sie dabei hat. Oh, stimmt. Oder das wäre halt perfekt, wenn er uns sie wieder geben würde. Dann würden wir ihn ja auch wieder, naja, freilassen eigentlich. Das stimmt. Wir sind ja nicht so böse. Da hast du recht. Guck mal, wenn wir die Falle hier in der Mitte aufstellen, ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Okay, warte mal, soll ich die mal da platzieren? Ja. Guck mal, da mache ich sie hier hin. Okay, jetzt darf doch keiner drüber laufen. Und wir machen mal genau hier hin ein paar Emeralds. Ja, die locken ihn bestimmt an. So, zack, zack, zack. Okay, warte mal, ich gehe noch mal so ein bisschen hier eins und hier ein. Und wenn er das sieht und vielleicht die haben möchte und vielleicht denkt, die ist schon ausgelöst worden einmal. Vielleicht tritt er dann wirklich da drüber und wir haben ihn dann. Stimmt, das wäre richtig, richtig gut. Gut, aber denkst du, der kommt jetzt gleich? Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht. Oh, oh. Ich habe keine Ahnung, wie wir den sonst noch ein bisschen anlocken könnten. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach auf den Wachtturm und warten da einfach. Genau, okay, dann warten wir erst mal. Vor allem, es wird ja auch dunkel. Vielleicht kommt der ja eher so raus, wenn es dunkel ist, weißt du. Am besten schlafen wir diesmal nicht. Okay, okay, gute Idee. Zack, 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 ab nach oben. Okay, warte mal, sehen wir hier von am besten oder noch eins höher? Ich gucke mal. Ja. Ach so, und ich glaube, aber von der anderen Seite wäre es vielleicht besser. Ja, wir gehen lieber eins runter, oder? Ja, okay, das stimmt. Und ich glaube, da ist genau der Baum auch ein bisschen im Weg, kann das sein? Das kann gut sein. Okay, warte mal. Moment mal, von hier sieht man das eigentlich richtig gut. Siehst du das von hier so? Ja, ich sehe es. Okay, okay. Oh, perfekt. Okay, jetzt müssen wir einfach noch warten, bis er kommt. Okay, dann warten wir mal. Jetzt müssen wir hin. Weißt du Hunger? Nein. Okay, gut. Okay, wir warten jetzt schon echt lange und gucken mal, es wird schon richtig, richtig dunkel. Der Mond ist auch schon ganz weit oben. Oh, oh. Aber ich sehe ihn überhaupt nicht. Nein. Vielleicht ist er ja doch... Moment, Bekater. Oh, oh. Da hinten ist er. Siehst du ihn? Warte. Oh, tatsächlich. Oh, da ist er. Moment mal. Der hat sogar ein diamantisches Schild. Was ist denn hier los? Tatsächlich. Warte mal. Geht er zu unserer Falle? Also, er sieht auf jeden Fall die Emeralds mit Sicherheit. Stimmt, er sammelt die auf. Oh, oh. Ja? Moment mal. Der sammelt die echt alle auf, aber er läuft dran vorbei, oder? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, das wäre echt jetzt doof, wenn er einfach nur die Emeralds aufsammelt. Oh nein. Aber was macht er denn jetzt gerade? Ich sehe ihn überhaupt nicht mehr. Da rechts ist er wieder. Oh, da läuft er wieder vorbei. Oh, oh. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn auch. Oh, der Diamante. Das sind unsere Diamanten. Das sind unsere Diamanten. Hey. Wir dürfen nicht so laut sein. Am Ende hört er uns. Oh, oh. Oh, er ist drinne. Er ist echt in der Falle drin. Okay, okay. Wir müssen uns jetzt... Richtig gut. Warte, am Ende kommt er irgendwie raus oder so. Go, 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 go. Aber denkst du, er ist wirklich richtig böse? Ich habe Angst, dass er uns wehtut. Ich weiß es nicht, aber der ist jetzt erstmal hier in der Falle drin. Der hat gar keine Chance. Stimmt. Okay, warte, da ist er. Und na? Hey, du. Wir haben ihn gefangen, Kater. Wie gut ist das denn? Oh, hier. Und du hast auch unsere Diamanten. Stimmt. Du hast alle unsere Diamanten geklaut. Die wollen wir wiederhaben, bitte. Die wollen wir echt wiederhaben. Ja. Du hast hier sonst nichts auf der Insel verloren. Genau. Kater, ich mache mal hier ein kleines Loch rein, damit er uns die Diamanten wiedergeben kann, okay? Okay, das ist eine gute Idee. Dann machen wir eins rein. Okay, also du könntest uns jetzt wirklich die Diamanten wiedergeben und du... Nein, doch, das musst du machen. Aua. Ey, nicht Kater schlagen. Ja. Du musst uns die Dias wiedergeben. Die haben uns gehört. Oh, er gibt uns die Emeralds wieder. Ja, aber die Emeralds wollen wir nicht. Wir wollen die Diamanten. Ja, wir wollen uns die Diamanten. Du hast richtig viele geklaut. Die haben wir uns erfahrt. Richtig lange sogar. Hey, lass ihn in Ruhe. Ja. Oh, er gibt uns wieder die Diamanten zurück. Oh, das ist lieb. Das ist gut. Aber du musst uns alle geben, sonst lassen wir dich hier nicht mehr raus. Oh, er weint, Kater. Aber er ist böse. Oh nein. Er hat uns geschlagen. Warum weinst du denn? Ja, stimmt. Hey, wir lassen dich wieder raus, wenn du uns alle Diamanten gibst, okay? Genau, das ist fair. Doch. Das ist doch gut. Ja, danke schön. Okay, warte mal. Ich habe jetzt 13 und... Ich habe 32. Oh, warte, 64. Ich glaube, das waren alle. Oh, waren das wirklich alle? Ich weiß es nicht, aber wollen wir ihn jetzt wirklich rauslassen? Ich weiß es nicht. Nicht, dass er nochmal was bei uns klaut. Deswegen. Ich weiß doch gar nicht, was er hier macht. Er ist bestimmt auf Durchreise hier. Ja, ich bin mir schon sicher. Und hat vielleicht Diamanten gesucht, aber... Oh, guck mal, er will die ganze Zeit hier raus. Hey. Oh, Mann. Aber du musst wirklich dann hier weggehen. Du darfst uns nicht einfach nochmal beklauen. Ja, und er weint schon wieder. Oh nein. Das macht man echt nicht. Du darfst nicht einfach unsere Diamanten klauen. Ja, das ist echt doof. Aber wir lassen ihn einfach raus, weil das am besten. Er hat uns ja auch jetzt wieder die Diamanten gegeben. Das stimmt. Und dann mal schauen, wie er sich verhält. Ich weiß nicht. Vielleicht rennt er direkt weg. Oder? Du darfst nie wieder was klauen, okay? Okay? Ja. Okay, gut. Okay. Oh, oh. Oh, was ist das denn? Das ist ein Diamantenschwert. Wie cool. Oh, ich habe eine Diamantenschwert. Das ist ja richtig nice. Dankeschön. Oh, das ist aber nett von dir. Oh, Moment. Moment, was ist das denn? Das ist cool. Oh, also ein Dagger. Oh, dankeschön. Okay. Aber du musst uns nicht mehr schenken. Das sind deine Sachen eigentlich. Okay, am besten lassen wir ihn jetzt wirklich raus, oder? Ja. Okay, okay. Okay, du kannst raus. Aber mach dir sowas nie wieder, okay? Und er rennt direkt weg. Tschüss. Tschüss. Ach, Mann. Katja, denkst du, der klaut doch mal Sachen? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir doch mal schnell zum Camp gehen. Oh, nein. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich weiß es nicht. Aber der hat uns ja alle Diamanten zurückgegeben. Also eigentlich war er richtig nett dann. Ja, eigentlich schon. Aber er hat uns halt beklaut. Und er hat uns einmal geschlagen. Moment mal. Er ist wieder am Camp. Oh, oh. Moment mal. Aber was macht er? Ich weiß es nicht. Oh. Aber der läuft da lang. Er genutzt uns noch Zähne. Moment mal. Oh, der hat mein Zelt geklaut. Was ist denn hier los? Hey, was ist denn mit ihm los? Ich weiß es nicht. Komm, er rennt einfach weg. Wollen wir hinterher? Er hat einfach mein Zelt mitgenommen. Ich weiß es nicht. Aber egal. Vielleicht kann er damit schlafen. Er hat uns ja alle Diamanten gegeben. Und wenn er jetzt weg ist, dann ist es die Hauptsache, sag ich mal. Das stimmt. Aber was war das denn? Dann klaut er uns einfach nochmal ein Zelt. Das gibt es doch gar nicht. Oh, Mann. Aber wenigstens haben wir die Diamanten wieder zurückbekommen. Das stimmt. Warte, die mache ich direkt mal in die Kiste. Ja. So. Und wir haben jetzt auch noch so ein Shield und so ein Dagger. Ich bin halt echt gespannt, ob er jetzt irgendwie hier, naja, weiter auf der Insel wohnen bleibt. Oder halt wegfährt mit dem Boot. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist schon irgendwie gruselig, wenn man weiß, dass so einer, naja, der einen beklauen könnte, irgendwie da ist, oder? Ja, das stimmt. Oh, oh. Aber wenigstens geht es euch beiden gut. Ja? Das stimmt. Und du bist wieder da. Das ist auch die Hauptsache. Das ist richtig gut. Weh, du gehst nochmal weg übrigens, ne? Wir haben hier... Oh, bei Jimmy. Hier hast du ein bisschen Fleisch. Ja. Und guck mal Kat. Hier hast du auch ein bisschen Fleisch. Guten Appetit, ihr beiden. Die sind so süß. Und wir haben ja noch zwei neue Pferde. Stimmt. Wir haben jetzt insgesamt drei Pferde. Die sind auch richtig süß. Die kennt Jimmy ja gar nicht. Oh, Hilfe, Kater. Willst du mich kurz ableinen? Äh, zack. Dankeschön. Döden, 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 döden. Ja. Das ist richtig, richtig cool. Oh, guck mal, wie hoch ich springen kann. Uh. Oh, das ist so cool. Das stimmt. Das sind auch so süße Pferde. Die sind richtig, richtig brav. Das stimmt. Warte mal, hast du jetzt das Seil? Zack. Ja. Okay, perfekt. Und wir haben noch so viele Kühe hier jetzt. Oh, stimmt. Warte, Kater. Willst du wieder Babykühe haben? Oh, ja. Bitte. Zack, 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 zack. Oh, Gott. Babykühe. Oh, Gott. Das sind viele Babykühe, glaube ich jetzt. Oh, Gott, das ist süß. Oh, die sind so süß, wirklich. Die haben so ein kleines, großes Köpfchen und so einen kleinen Körper. Das sieht so süß aus. Oh, Mann, ey. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut mal im Epic vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.